Musik Mein Name ist Silke Krieger. Ich bin hier in Bad Liebenstein jede Woche einmal unterwegs, um den Menschen hier die Natur näher zu bringen. Und heute geht es um das Thema Kneipp genießen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben hier alles, was es braucht, um zu entspannen, zu genießen. Es ist genau das, was ich machen möchte und es ist das Schönste, was es gibt.